hallo herzlich willkommen liebe gartenfreunde beim neuen video von verbrauchertest tv und schön dass ihr wieder dabei seid denn heute geht es noch mal um den eco vex den haben wir vor einiger zeit mal durch getestet ihr könnt euch das video daher noch mal anschauen und jetzt habe ich noch mal ein video vorbereitet wo es nur um die einstellungen am gerät und in der app geht gerade in den einstellungen in der app kann man noch einige einstellungen machen die individuell auf das grundstück oder auf deinem grundstück jetzt abgestimmt werden können und die werden wir uns heute mal genauer anschauen unter anderem habe ich noch selber ein paar schwierigkeiten die will ich gleich auch noch mal erläutern das ist natürlich alles abhängig von einer sauberen einstellung in der app oder am gerät und die werden wir uns jetzt mal genauer anschauen und dafür werden uns mal in den garten begeben so wie ihr seht hatte der schwierigkeiten durch diese 50 zentimeter enge zu kommen hat also immer wieder gewendet man sieht es also auch an diesen ausgefahrenen stück hier seht ihr das noch mal ganz deutlich da hatte immer ständig gewendet und dadurch entsteht natürlich so ein bisschen eine kahlstelle ihr seht auch an diesen fahrspuren hier dass er immer wieder dieselbe strecke genommen hat komischerweise kam er dann aber auch immer wieder in diese enge rein und komischerweise hat er da jetzt auch ganz gut gemäht auch die ränder alles tippitoppi in diesem engen teil da hier seht ihr noch mal die fahrspuren also musste er hier während der mähtzeit schon ziemlich oft hin und her gefahren sein dann nehmt ihr auch hindernisse war auch die am rand liegen hier seht ihr diesen büschel der ist gar nicht gemäht worden in diese ecke und ich beziehe das auf diesen busch da dass er den als hindernis ansieht und dann immer abwendet genauso wie jetzt hier diese vase die da steht am rand oder zu nah am rand und dadurch teilweise nicht die ränder mäht andererseits ist er hier wieder ganz gut gefahren stark am rand vorbei und vor allen dingen sehr gut gemäht dann hat er auch sehr viele andere dinge berücksichtigt wie zum beispiel diese enge hier da ist er auch gut durchgekommen genauso wie die innenseite von dem tor hat er auch super gemäht so sieht es natürlich aus wenn man keine garage hat also da wird es wohl auch ein bisschen beschlagen beziehungsweise aus feuchtigkeit sammelt sich auf dem und teilweise auch in dem gerät wie ihr seht auf diesen armaturen sollte natürlich nicht sein wenn man jetzt keine garage hat sollte man zumindestens einmal am tag mal mit dem lappen drüber gehen wenn es zu nass ist dann sind wir schon bei der eingabe des pins um die einstellungen am gerät freizuschalten danach kann man also mehrere eingaben machen am gerät also erstmal im cockpit selber haben wir hier den ein und ausschalter hier geht es zurück zur ladestation startknopf ok um die aufträge zu bestätigen und die faltaste zur auswahl der verschiedenen funktionen wir wählen jetzt im hauptbildschirm den me modus aus und da können wir manuell das auto main einstellen und das rand main dann können wir noch die einstellung zeitplan wählen und hier den zeitplan aktivieren oder deaktivieren dann haben wir noch die option einstellungen hier sind mehrere einstellungen möglich tierschutz regensensor ihr könnt ja wie ihr seht ihr auch den regensensor ein oder ausschalten dann könnt ihr die mähe effizienz ändern von fein auf effizient pin code ändern diebstahl schutz hier hat man zwei einstellungen einmal wenn er angehoben wird löst den alarm aus und einmal wenn er außerhalb des zu mähen im bereich ist sprache lautstärke man kann also hier die lautstärke der sprachnachrichten die der ausspricht regeln den goji wand zurücksetzen und infos und dann haben wir ganz oben noch die kommandos einmal in zum mähen zu schicken und einmal in die ladestation und ganz unten haben wir die schnitthöhen vorstellung von drei zentimeter bis sechs zentimeter und den stopp knopf für den notfall so und hier ist nochmal die ganze aufstellung aus der bedienungsanleitung hier ist auch die sternchen information ganz unten kann je nach software version erneuert werden das heißt also es wird bei den nächsten updates wird sich da was verändern oder ergänzen da müssen wir einfach mal abwarten dann ist mir aufgefallen dass die fliegen den goji wand auch sehr mögen ich habe da ständig oder mengen fliegen drauf das liegt wohl an der weißen farbe falls es euch auch so geht schreibt es mir mal unten in die kommentare jetzt wollen wir die einstellung in der app vornehmen dazu bauen wir eine bluetooth verbindung auf nicht mehr wie 20 meter sonst funktioniert es nicht so einwandfrei so und jetzt haben wir hier schon mal die gebietsgrenzen aufgezeichnet das hatten wir ja bei den ersten videos gehabt da bin ich ja die grenzen abgefahren wie ihr hier seht und dann entsteht so eine karte die erste einstellung ist die automatische kartenoptimierung da fährt der goji wand nochmal komplett das ganze umrandete grundstück ab dann kann man die zufahrtsverbotszonen noch einzeichnen da fährt man quasi mit den joystick um diese zonen herum und dann zeichnet sie sich auch in diese karte ein da oben in gelb eingekreist dann hat man auch die möglichkeit quasi den typen einzugeben ob es jetzt ein kiesbett ist oder ein teich oder ein baum und man hat also noch die möglichkeit hindernisse einzeichnen zu lassen oder nicht oder hier karte sichern karte wieder herstellen oder auch die karte zurücksetzen so dass man dann wieder eine neue karte erstellen muss stellt man eine alte karte wieder her dann sind auch die zeitpläne verloren setzt man karten zurück werden die aktuellen karten automatisch gelöscht wer zu weiteren einstellungen hier haben wir zum beispiel die mähe effizienz einmal effizienz heißt dass er die bahnen mäht oder in bahnen mäht und bei fein versucht er noch wahrscheinlich so die letzten ecken mitzunehmen dann kann man mit diesem tool hier die mähe richtung einstellen wie man es haben will dann auch die möglichkeit den regensensor an oder auszustellen und man hat die möglichkeit so eine regen verzögerungszeit einzustellen hier von 30 minuten bis fünf stunden bis der rasen dann wieder getrocknet ist und die möglichkeit tierschutzzeiten einzustellen von wann bis wann nicht gemäht wird oder der roboter nicht aktiv sein soll dann kann man hier den ladestationswächter einschalten der so im umkreis von sieben meter jede person registriert und natürlich eine warnmeldung in sprache ausgibt und jetzt kommen wir zu der individuellen grundstücksbestimmung also hindernisvermeidungsmodus nennt sich das hier flacher untergrund mit kurzem gras allgemeine umgebung und unebener untergrund mit hohem gras dann haben wir noch die laborfunktion das ist also diese ki erkennung und der sicherer modus diese funktion werden mit sicherheit noch mal optimiert und dann zum nächsten update eingespielt und dann haben wir noch die lautstärkenregelung für die sprachausgabe des code g1 dann haben wir noch einige überblicke so würde ich sie jetzt mal benennen und zwar diese navigationssender strahlungsstärke der signale die kann man jetzt hier sehen sind optimal also liegen im mittleren bereich da wäre so eine tätigkeitsüberwachung also hier wird dann angezeigt wie viel quadratmeter jetzt schon gebetet hat wie viel reinigung der schon gemacht hat um auch die nutzung oder abnutzung der verschiedenen bauteile wie messer kamerabürste und die batterien im überblick zu haben um es vielleicht auch zu erneuern oder neu zu kaufen das zeigt der auch alles an ob man jetzt die messer auswechseln muss hier zum beispiel die betriebsstunden und die stunden die noch verbleiben bis zum kauf man kann also direkt aus dieser app dann einkaufen gehen hier hat man jetzt zum beispiel schon die restläufe für die bürsten 984 und dann kann man hier auch die bürsten noch mal bestellen genau dasselbe mit den batterien der zeigte uns genau an welche man da nutzen oder beziehungsweise bei welchem beacon jetzt die batterien zur neige gehen navigationssender habe ich drin die zwei die mitgeliefert worden sind aber das verbindungsmodul habe ich nicht dabei kommt auch keine wertung und so sieht es natürlich aus wenn man jetzt zum beispiel einen schadhaften beacon hat oder der funktioniert nicht mehr richtig die sollen natürlich regelmäßig kontrolliert werden so kommt man in den shop also direkt über diese app kann man diese ersatzteile dann auch kaufen hier nochmal dasselbe also man kann jetzt hier dieses verbindungsmodul das dann über mobile funk läuft quasi kaufen um dann im urlaub am strand den mehroboter zu bedienen und hier kann man nochmal die verbindung checken oder vielleicht machen neues wlan eingeben hier nochmal den hinweis eben bluetooth nicht mehr wie 20 meter abstand und hier haben wir noch mal die einstellung der alarmfunktion sicherheitsbereich alarm mehr wird angehoben wird also hier eingeschaltet oder ausgeschaltet oder ein alarm aus oder einschalten wenn er sich außerhalb der karte befindet und natürlich den pin code ändern da sollte man vielleicht mal etwas öfters tun das kann man hier in der einstellung dann haben wir noch das programm der produktverbesserung hier werden daten dann von deinen gojiwan übertragen nach echoex das waren die feineinstellungen die man betreiben kann an dem gerät und in der app ich hoffe das video hat euch irgendwo weitergeholfen falls ihr fragen habt immer wieder unten in die kommentare ich versuche eigentlich möglichst jeden zu antworten wenn er eine frage hat oder nicht weiterkommt ja ansonsten kann ich nur empfehlen recherchiert selber mal ein bisschen bei google ja und wenn euch das video gefallen hat dann abonniert den kanal und gibt mir ein däumchen nach oben wir sehen uns im nächsten video ciao und wir sehen uns im nächsten video Vielen Dank.